Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal mit eurem Brocken. In dem heutigen Video möchte ich euch mitteilen, dass Blizzard sich nun als kleines Dankeschön für die schönen Jahre mit uns dazu sich entschieden hat, uns zu Shadowlands ein kostenloses Mount zu geben. Welches das sein wird, das entscheidet aber die Community. Blizzard hat uns dazu nämlich eine Auswahl gegeben. Wir sehen leider nicht, wie das Mount aussieht. Aber ihr habt dort die Möglichkeit abzustimmen, denn jede Stimme kann dort zählen und im Endeffekt entscheiden, welches Mount es werden soll. Und welche Mounts wir dort einmal zur Auswahl haben, sehen wir jetzt hier in dieser Tabelle. Ich habe dort schon abgestimmt. Dort gibt es einmal das Wandernis-Urtum, haben wir dort glibbriger Schleimsebler, segelner Zauberfoliant, neugierige Raupe und der Neobrusche Schwärmer. Das sind die fünf Mounts, die wir dort zur Auswahl haben. Ich habe für den segelnden Zauberfolianten abgestimmt. Wäre einfach mal cool, vielleicht auf so ein Buch oder sowas zu sliden sozusagen oder sich irgendwie da drauf zu setzen. Wie man aber sieht, haben die meisten Leute hier für Wandernis-Urtum abgestimmt. Und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr daran auch teilnehmt. Ihr habt noch Zeit, glaube ich, bis zum 19. November ist das Ganze. Ah, bis zum 18. November, wie gesagt, hier steht es auch, dieses Jahr hatten wir alle viele verschiedene Herausforderungen zu meistern. Und wir sind umso dankbarer, dass ihr unserer Community in diesen unsicheren Zeiten jeden Schritt des Weges gemeinsam mit uns geht. Ganz im Sinne dieses Eintracht und als Zeichen unserer Wertschätzung wollen wir uns mit allen Spielern zusammentun, die Shadowlands besitzen und ein Reitier schaffen, das euch durch die Reiche des Jenseits trägt. Stimmt hier bis zum 18. September um 23.59 mitteleuropäischer Zeit darüber ab, welches Mount wir erschaffen sollen. Nun habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier selber abzustimmen. Und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr dort auch an der Abstimmung teilnehmt. Der Link dazu befindet sich gleich ganz oben in der Videobeschreibung. Einmal nur draufklicken, dann kommt ihr direkt hier zu der Abstimmung. Und dann könnt ihr auch eure Stimme abgeben und auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare, für was habt ihr abgestimmt. Oder vielleicht, wie stellt ihr euch vielleicht auch bestimmte Mounts vor? Also so ein wandernes Urtum, ganz klar, so ein Baum würde ich mir darunter vorstellen. Ein glibbriger Schleim-Säbler, das klingt irgendwie so wie eine verschleimte Katze. Weiß nicht, so diese ganzen Säbler-Dinger sind für mich so ein bisschen ausgelutscht einfach. So ein segelnder Zauberfoliant gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Raupe wäre vielleicht auch noch relativ cool. Ja, und der Schwärmer, so dieser, weiß ich nicht, kann ich mir noch nichts groß darunter vorstellen. Für mich war halt einfach so der Zauberfoliant auf jeden Fall das, was für mich am lukrativsten war. Mich würde einfach mal interessieren, für was habt ihr abgestimmt und warum habt ihr das Ganze gemacht? Schreibt das unten auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Und wie gesagt, wenn das Infovideo euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, wie gesagt, unten rechts dürft ihr auch sehr gerne abonnieren, wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt. Ich weiß nicht gerade, wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.